So Mädels, ich bin jetzt mal auf einem Parkplatz, genau genommen, ich bin jetzt auf dem Lidl Parkplatz. Sieht gut aus hier, die Aufnahme läuft. Ich teste jetzt mal, dass wir jetzt einigermaßen steigen können. Erstmal vorsichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ok ein paar auf das gerät Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Es wird so windig. 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 Es wird so windig.